Ich stehe jetzt vor dem Apple Store und ja, am Donnerstag sind schon die Ersten da, die hier schon warten. Ja, schon bis dahin war. Ja, Wahnsinn. Du bist der Erste in der Schlange, gell? Ja. Wie lange stehst du denn schon da? Seit gestern um 7 Uhr. Seit gestern um 7 Uhr abends? Ja. Und du übernachtest hier dann auch? Ja. Ja, dann viel Erfolg. Cool.